DynaVolt Interact GP, Teampräsentation 2017 Cortese! Der letzte deutsche Weltmeister 2012, Sandro Cortese gerade in der Operation gehabt und Marcel Schrötter DynaVolt Interact GP Moto2 2017 Ich freue mich riesig auf die neue Saison Letztendlich hoffe ich, dass es dieses Jahr klappt und dass wir gute Erfolge einfangen können Aber hinter den wichtigsten Fahrern, Eddy, steht ein Team Wir fangen mal an jetzt mit dem neuen Crew Chief von Sandro Cortese Herzlich Willkommen, schönen guten Abend DynaVolt Interact GP Der Crew Chief von Sandro, Alfred Willeke Guten Abend, Vassil Markov und der dritte Mann im Team Cortese Jan-Luncar Montanari, das ist die Crew von Sandro Cortese Patrick Melauner, der Crew Chief von Marcel Schrötter Felix Kertschner, er ist ebenfalls in der Mannschaft von Marcel Schrötter und unverzichtbar Tommi Wegscheider, meine Damen und Herren So, jetzt die drei Team-Eigner noch und dann ist das Team-Foto komplett So, Jürgen Ling nochmal, Wolfgang Kuhn und Stefan Kekkeisen In Memmingen, DynaVolt Interact GP 2017 Schönen Abend noch Und nochmal mit dem Abschlussapplaus freuen wir uns auf 2017 Deiner Wolt Interact GP Marcel Schrötter und Sandro Cortese Spiel rein!